...wiederkommt, dann ist es der erste Typ, der gleich so ganz schnell weg ist. Der wird wahrscheinlich echt wie ne kleine Pussy abhauen. Der wird gleich abhauen und dann... Ich meine, stimmt, seine Schilde kriege ich runter mit Dingens, mit Scharts. Ne, 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 mach erstmal noch nicht. Lass mich wirklich mit dem Schiff ankommen, ich möchte es nicht so abhauen, ich möchte es ja gänzlich stören. Der ist der stärkste Schild im Spiel, also nicht der beste Commander im Spiel, mit dem besten Schild à la Commander im Spiel, aber der Cutter kann der stärkste Schild haben, plus er hat Guardian-Schild wie ein Frostmiss, wenn du durch seine Module scrollst, siehst du, dass er Schild wie ein Frostmiss hat. Er wird ein sehr starkes Schild haben, aber dafür habe ich Torped-Aways. So ein bisschen weg, torpedieren. So ein bisschen weg, torpedieren. So ein bisschen weg, torpedieren. Hold on, hold on, hold on. Meinנו? Ich werde dem Typen so ein Archer. Ich hoffe, ich hoffe, er... Er hat schon wieder Caustic. Ich hoffe, er bekommt es nicht mit. Ich muss gleich noch 3000 Lichtsekunden fliegen. Bis zum nächsten Mal. Oh, jetzt versucht er auf mich zu schießen. Das war das erste Mal, wo er mich gerade geschossen hat. Siehst du, was gerade passiert? Das war das erste Mal. Wrong, 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 wrong